Was nun, Herr Steinmeier, was nun, Herr Bundespräsident, nach Ihrer Wiederwahl haben Sie in der Bundesversammlung heute eine, sagen wir mal, sehr entschlossene Rede gehalten. Das war Was nun, übrigens nach 2G-Plus-Regeln. Vielen Dank, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse. Schönen Sonntagabend noch. Tschüss aus Berlin. Untertitelung des ZDF, 2020